Hallo liebe Arcada-Club-Freunde, wir starten ein neues Projekt in ArtText 4.0, habe ich euch hier schon vorgestellt, eine wunderbare Software, nicht ganz umsonst, aber für 30 Euro recht günstig, gibt auch eine Testversion auf der Webseite und heute erstellen wir so eine Namenseinblendung, die recht bunt aussieht, für iMovie können wir die verwenden oder jedes andere Videoprogramm, denn das Tolle an ArtText ist, dass es Grafiken mit Transparenzen exportieren kann, das heißt, dieser weiße Hintergrund, den wir derzeit hier noch sehen, der wäre dann unsichtbar und somit können wir das, was wir hier kreieren, auf ein bestehendes Video legen. Bei iMovie haben wir leider nur zwei Spuren, aber wir kommen da später zu, wie wir das dann trotzdem hinbekommen, dass der Text da eingefügt wird. Zunächst einmal müssen wir den generieren und mein Name soll eingeblendet werden, das ist das Projekt, was wir machen, dazu klicke ich mal hier unten auf die Plus-Taste, denn wir brauchen einen 2D-Text, der dann hier einfach reingesetzt wird und rechts können wir dann hier diesen Text eingeben und da schreibe ich mal per Puppen rein und ihr seht, der ist jetzt zu groß, aber es macht nichts, wir können hier diese Anfasser nehmen und das Ganze hier so ein bisschen gestalten. Bevor wir das jetzt machen, empfehle ich euch, die Videogröße einzustellen als Bildhintergrund, die ihr später auch verwendet, damit man so ein bisschen das Gefühl bekommt, wo steht dieser Text nachher. Und das können wir machen, indem wir hier unten die Auflösung verändern und wir gehen mal davon aus, wir wollen einen HD-Film machen und wir schreiben hier mal 1920 in der Breite rein, das ist eine HD-Auflösung, allerdings die Höhe wird automatisch berechnet aufgrund des vorherigen Bildformats. Dazu müssen wir diese Kette lösen, die kennen wir aus vielen anderen Programmen, der Findity sind die auch, diese Ketten, die eben dafür sorgen, dass diese Berechnung automatisch stattfindet. Und wenn man die durchtrennt, passiert das nicht und dann kann ich hier tatsächlich die Auflösung eingeben, 1020 mal 1080 Pixel, die HD-Auflösung, mit der ich das Ganze produzieren will und dann habe ich hier ungefähr diesen Videobildschirm und dann sieht man, die Schrift ist viel zu groß. Wir wollen die ja da unten einblenden quasi und dann setzen wir die mal hier auch dahin. So und jetzt brauchen wir noch ein bisschen so schöne Elemente, da können wir mal schauen, und hier gibt es ja jede Menge mitgelieferte, zum Beispiel hier solche Wasserfarben, die man einfügen kann oder eben hier solche Flecken und wir benutzen mal die Flecken, weil wir die im Arcada Club ja auch haben und ich füge jetzt mal eins hinzu und schaut mal, was dann passiert. Im Moment ist nämlich dieses Objekt hier angeklickt, also meine Schrift, mein Text hier. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, wird der Text ersetzt durch dieses Symbol. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen drücken wir einfach Command-Z, machen den Schritt rückgängig und bevor wir ein Objekt hinzufügen, klicken wir einmal in diese weiße Fläche, um das Objekt hier zu deselektieren und dann fügen wir diesen Fleck hinzu und auch hier müssen wir schauen, der ist angewählt. Wenn wir jetzt einen anderen Fleck auswählen, wird der ersetzt. Das wollen wir nicht, wir wollen ja welche hinzufügen, also erst wieder in diese freie Fläche klicken und dann einen weiteren Fleck hinzufügen. Ihr seht, die kommen hier alle einzeln und wir nehmen noch den hier mit rein und dann haben wir hier so drei Flecken, die wir jetzt da unten anordnen. Die können wir in der Größe auch verändern, nur dann ziehen wir hier einfach an diesen seitlichen Reglern, das kennt ihr ja aus anderen Bildbearbeitungen, und die setzen wir hier so ein bisschen passend hin, dass die eigentlich so ein bisschen klecksartig da reinkommen und da liegen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, es sieht natürlich alles in grau blöd aus und wir klicken mal hier oben auf die Ebenen, denn in Art Text 4 haben wir auch Ebenen und ihr seht, die erste Ebene, die Ebene 1 war der Text, den wir hinzugefügt haben und der liegt jetzt ganz unten und alle hinzugefügten Objekte liegen da drüber und deswegen verdecken sie die Schrift, was jetzt noch nicht so gut zu erkennen ist, weil wir hier noch eine graue Schrift haben. Aber das ändern wir mal, wir klicken mal hier diese Ebene an und gehen mal hier auf die Füllung und wählen mal einfach eine Farbe an. Und jetzt seht ihr, wenn ich das Lile anwähle, wie die Schrift hier drunter liegt. Und das können wir ändern, indem wir hier mit gedrückter linker Maustaste die Ebene einfach nach oben schieben, schon liegt die Schrift über allem. So, und jetzt können wir auch diesen Klecksenfarben geben, die können wir hier anwählen in der Seitenleiste und auch hier auf diese Füllung klicken und dann geben wir dem mal hier so unterschiedliche Farben und das macht sehr viel Sinn, die hier in dieser Leiste anzuklicken. Ihr könnt aber auch versuchen, das Objekt hier selber anzuklicken, da muss man es nur sehr genau treffen, einfach erst da oben die Ebene anzuklicken. So, und jetzt habe ich hier drei schöne Farben und wir zoomen mal hier ran. Das kann man nämlich hiermit machen und dann wird das Fenster so groß, dass wir es hier auch so ein bisschen verschieben müssen. Ja, und dann sehen wir, diese Klecksfarben, die wir da haben, die haben alle so einen 3D-Effekt. Wenn euch der gefällt, ist das okay, mir gefällt der nicht, möchte ich den nicht haben. Und jetzt versuchen wir das mal zu verändern und wir klicken mal dieses grüne Objekt an, diesen grünen Fleck und ihr seht, hier ist die Tiefe, die kann ich auf 0 setzen, dann verlieren wir schon mal diesen tiefen Effekt, diese Erhebung der Fläche und wenn wir die Größe verändern, dann wird es tatsächlich auch wirklich platt. Also diese Größe, die verändert hier nochmal diesen 3D-Effekt an den Kanten. Ja, und das machen wir hier mal ganz schnell für die anderen auch. Alles auf 0 setzen, damit wir hier eine schöne flache Geschichte bekommen. Auch bei der Schrift möchte ich das eigentlich nicht. Die möchte ich einfach auch so flach haben. Es gibt auch noch andere Wege, das zu erreichen. Ihr hättet auch hier oben diese Farben anwählen können und dann einfarbig und das Objekt entsprechend einfärben können. Aber wir haben nur diesen Effekt gewählt und es darüber gemacht. Ja, das war es im Grunde genommen. Hier steht meine Schrift und was wir jetzt machen können ist, nachdem wir jetzt wissen, wo das hier ungefähr von der Größe her hinpasst, dass wir sagen, das ist das fertige Bild, das exportieren wir und ihr könnt es in dieser Auflösung lassen und dann einfach exportieren. Und diesen Hintergrund, der hier weiß ist, der ist ja hier in keiner Ebene zu sehen. Das ist der Arbeitshintergrund. Und den kann die Software transparent schalten, also durchsichtig, sodass es wie Glas aussieht und alles, was dahinter liegt, eben durchscheint. Und das ist natürlich genau geeignet, um unsere Schrift auf ein Video zu legen. Wenn ihr das in dieser Größe nicht haben wollt, und das machen wir jetzt mal, dann klicken wir hier auf dieses Größenformat. Und hier unten unter den Voreinstellungen, da findet ihr Größe vorschlagen. Und nun schlägt die Software die Größe vor, die das Objekt einnimmt. 728 mal 277 Pixel sind das. Wenn ich jetzt auf OK klicke, dann seht ihr, ist das Objekt hier komplett inkludiert. Also alles ist gut zu sehen. Die Pixel gehen ja hier bis unten, deswegen ist hier unten noch der Randgröße. Aber alles, was ich gezeichnet habe, hat jetzt genau diese Größe des Bildes. Und damit ist es schon klein und kompakt. Und das exportieren wir jetzt. Das machen wir hier über Ablage, Exportieren. Und da kann ich dem Ganzen jetzt ein Format geben. Und damit wir diesen transparenten Hintergrund bekommen, müssen wir das PNG-Format anwählen. Denn nur das kann das. Dieses JPEG-Format kann es nicht. Und dann haben wir die Möglichkeit, eben hier diesen transparenten Hintergrund anzuwählen. Die Pixelzahl lassen wir so, wie sie ist. Und wir schreiben hier mal hin, per Puppen. Das ist ja die Schrift, die wir nachher haben wollen. Und sichern das Ganze. Das war's schon. Und nun haben wir eine Grafik, die eigentlich diesen weißen Hintergrund nicht mehr zeigt. Und die eignet sich dann hervorragend, um sie in iMovie zu importieren. Das machen wir mal. Wir gucken uns mal iMovie an. Und in iMovie hatte ich ja dieses Projekt die letzten Tage vorgestellt, wo wir diesen Greenscreen mit der KI gemacht haben. Und leider kann man in iMovie nur zwei Videospuren einfügen. Also wir können jetzt leider hier drüber nicht noch eine weitere Videospur oder ein Bild einfügen. So wie man das von Final Cut zum Beispiel kennt oder anderen Videoschnittprogrammen. An der Stelle ist dann die kostenlose iMovie-Version beschränkt. Um das trotzdem hinzubekommen, müsst ihr also erst einmal dieses Bild hier oder diesen Film exportieren. Das geht hier drüber. Datei exportieren und dann erhaltet ihr einen Film. Und den importieren wir dann ein anderes Videoprojekt. Leider ein kleiner Umweg, den man gehen muss. Aber so kann man sich eben helfen, dass es dann eben mit iMovie auch funktioniert. Und das zeige ich euch jetzt. Übrigens wir haben einen tollen Kurs zu iMovie, der die ganzen Funktionen dieser Software erklärt, die sehr umfangreich ist. Das kann ich euch jetzt versprechen. Das seht ihr nämlich im nächsten Projekt, was wir jetzt hier starten. Nämlich hier habe ich diese Videospur mit dem Greenscreen einmal exportiert und wieder neu eingefügt als Film. Und darüber legen wir jetzt eben, wie gesagt, diese Schrift, die wir gemacht haben. Dazu klicke ich mal, klicken hier auf diesen Pfeil importieren. Und dann komme ich nämlich auf meinen Schreibtisch. Dann finde ich hier per Puppen. Und da ist diese Schrift, die ich hier habe. Das ist das, was wir gekreiert haben. Und das füge ich mal ein. Das kann ich nämlich hier oben drüberlegen. Und jetzt sieht man diese Enttäuschung. Ah, bewegt sich diese Schrift? Sie liegt da gar nicht unten und ist riesengroß. Und das müssen wir jetzt einstellen, dass dieses Verhalten nicht auf diesem Bild existiert. Weil eben, ja, diese iMovie-Version für so Bilder direkt so ein Ken Burns-Effektion nennt sich, der so ein bisschen eben Bewegung im Bild erzeugt, automatisch einfügt. Und das ist hier nicht gewollt. Zunächst einmal, wie bekommen wir jetzt diese Schrift im Original dahin oder dieses Bild ins Original? Indem wir hier oben draufklicken und sagen, das ist ein Bild im Bild. Und dann seht ihr hier oben schon mal, dann lässt sich dieser Rahmen nämlich an beliebige Stelle positionieren und auch vergrößern, so wie wir es aus Bildbearbeitungsprogrammen her kennen. Aber der passt da nicht so ganz rein. Da ist was abgeschnitten. Und das liegt daran, dass ein weiterer Filter automatisch aktiviert ist, den wir hier unter dem Beschnittwerkzeug führen, nämlich dieser Ken Burns-Effekt, der diese Animation erzeugt. Wie gesagt, im Kurs erklären wir auch, was man damit Sinnvolles machen kann. Hier klicken wir aber auf Anpassen. Das wollen wir nämlich nicht. Und klicken wieder zurück. Und dann gehen wir mal hier an die Abspielposition. Und dann seht ihr, passt diese Schrift jetzt hier wunderbar rein. Und wenn man das abspielt, dann kommt sie da auch plötzlich. Mit einer... Ja, und wir können hier noch an diesem Zipfelchen diese Einblendung machen. Ich schalte mal den Ton hier ab, dass der jetzt nicht stört. Und wenn wir es jetzt so abspielen, dann wird diese Schrift hier eingeblendet. Und da seht ihr, mit Art-Text kann man also wunderbare Inhalte kreieren, die sich dann auch an anderer Stelle weiterverwenden lassen. Unter anderem ja auch in Pages und Keynote. Und Art-Text selber beherrscht auch die Möglichkeit, kleine Animationen zu erstellen. Das kläre ich euch alles noch. Wir gucken immer weiter in diese Software rein, anhand solcher Praxisbeispiele. Falls euch das Ganze gefällt, klickt gerne, gefällt mir bei YouTube an. Abonniert gerne den YouTube-Kanal, dann seid ihr Mitglied im Arcada-Club. Und wenn ihr aufs Glöckchen klickt, bekommt ihr einen Hinweis, sobald ein neues Video von mir online stellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wie gesagt, die Version gibt es auch als kostenlose Testversion. Und dann könnt ihr das Ganze mal ausprobieren. Viel Spaß!